Köln, nicht selten ist die Einschätzung der Bares für Rares Experten ein Fingerzeig dessen, was möglich ist. In diesem Fall liegt die Sachverständige jedoch völlig daneben. Im Händlerraum geht mächtig die Post ab. Juliane und Armin Ganser bieten in der ZDF-Trödelshow ein Ölgemälde an. Ich bin mit diesem Bild groß geworden. Ich weiß nur, dass es aus dem Haus meines Vaters stammt, erklärt die Baden-Württemberg-Erin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter, 62. Inzwischen habe sie sich an dem Bild satt gesehen, deshalb soll es nun verkauft werden. Kunsthistorikerin Bianca Berding, 47, ist für die Wertfindung zuständig und erkennt sofort, wir haben hier ein Stillleben, ein Arrangement von verschiedenen Porzellanobjekten. Die Herstellung des Werks datiert sie zwischen 1918 und 1939. Als Maler nennt die 47-jährige Max Dürschke. Über ihn gäbe es jedoch nur wenig Informationen. Nach seinem Studium in Breslau habe er an der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin gearbeitet. Anschließend zieht Berding ein ernüchterndes Fazit. Der Zustand ist nicht mehr ganz so glücklich. Das Bild hat viel erlebt und hat Risse in der Oberfläche, merkt sie an. Der Rahmen ist neuzeitlich und passt nicht zu dem Bild. Als Wunschpreis nennen das Ehepaar eine Summe von 800 Euro. Ich wäre bei 500 bis 600 Euro, dämpft die Expertin die Erwartungen. Die Gansers akzeptieren die Konditionen, wenn auch etwas zähneknirschend. Trotzdem hart verhandeln, rät Horst Lichter. Bares für rares Händler David Suppes ist verliebt und bietet Hammerpreis. Während die Expertise jedoch eher enttäuschend verlaufen war, geht im Händlerraum dafür umso mehr die Luzi ab. Das liegt vor allem an David Suppes, der sich sofort Hals über Kopf in das Gemälde verliebt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es einfach mega schön. Ich habe jetzt Herzrasen und Schnappatmung. Deswegen versuche ich das ein bisschen abzukürzen und biete Ihnen 2000 Euro an. So der 36-Jährige. Sein Kollege Steve Mandel, 70, lässt sich von dem Monstereinstieg nicht abschrecken. Der Rahmen ist ja auch sehr schön. Ich sage 2100 Euro. Die Einschätzung von Expertin Berding, dass der Rahmen dringend getauscht werden müsse, teilt unterdessen niemand der Anwesenden. Auch Daniel Mayer, 51, ist noch im Rennen und bietet 2600 Euro an. Suppes zeigt sich unbeeindruckt. Er erhöht auf satte 3000 Euro und schlägt damit alle anderen Kontrahenten in die Flucht. Dann müssen wir doch nicht den Krankenwagen rufen, freut er sich. Das Verkäufer-Ehepaar ist angesichts der hohen Summe nahezu sprachlos. Das war nicht zu erwarten, bringt es Armin Ganser auf den Punkt. Er und seine Frau kassieren tatsächlich den fünffachen Expertisenpreis. Mehr Lalit gans was nicht難ens anwesend kommt. Vielen Dank.